Fully hat Taylor Swift Karten gekauft, Leute. Habt ihr auch Taylor Swift Karten? Schreibt's in die Kommentare. Ich hab keine Taylor Swift Karten gekauft, was? Ich kenn die nicht einmal. Fully weiß nicht mal, wer das ist. Warum verstellt sich eigentlich so sehr fürs Internet? Was soll das? Jetzt schämt er sich wieder, weißt du, jemand hat das mal mit angekriegt. Okay, danke, danke. Ich glaub, die kann man nicht so einfach kaufen. Ich liebe diesen Atomreaktor auf der Map hier. Er kennt zu 100% Taylor Swift, zu 100% Taylor Swift. Jenseits der 500 von Fans. Warum ist das Fire Pro schon wieder auf K? Ah ja, er bewegt sich. Ist er? Ne, er bewegt sich, alles gut. Da ist er, da läuft's. Ah ne, er ist einfach mal rum. Was ne Bruchbude. Hockey sieht bei dir das Haus auch so aus. Ey, bei mir sieht's ja auch so sauber aus tatsächlich. Bist du so einer? Ja, ja. Wirklich, ich... Bist du so einer ein ordentlicher? Ja, ja, ja. Wär wirklich kein Scheiß jetzt. Das muss sein. Vor allem, das Ding ist so, stell dir mal vor, ich lad so ein Mädchen bei mir ein, dann ist er so unaufgeräumt. Ist doch eklig. Das soll schön clean sein. Verstehst du? Und Software? Nein. Aber vorbereitet sein ist besser, ne? Das ist so, weil es kann ja immer mal passieren, nicht wahr? Naja, egal. Ja, und dann möchtest du ja nicht noch in der Predouille sein? Ne, ne. Dann will ich nichts mit zu tun haben. Oh! Okay, okay. Alle sind hier. Also... Everyone is here on Smashbox. Du wolltest nicht ganz hören, was du irgendwelche drin aber Fulli... ... selber grill'n Kartonage. Ja? Mhm. Das stimmt. Ich hab's auch gehört, ich hab's sogar weiter gesagt. Naja, Hawki da oben ist Krasenade und weiter sein. Oh, das ist ein Vogel. Ja, ich mag Kartonage. Wie, ich hab's gesagt. Ich hab das Schaum. Leute, ich mag Kartonage. Da ist ein Vogel auf der Statue. Und ich mein nicht Riki. Warum sind jetzt alle wieder auf dem Fleck? Ne, ne, ne. Ich bin echt mal davon. So, das seh ich gar nicht ein. Ich hau ab. Keine Tür. Attacamera. Uh. Ein Radbuch. Johnny ganz still unterwegs. Was, nein, wieso still? Hört man mich nicht? Ne, jetzt hört man dich. Ah. Ich hab die ganze Zeit schon geredet. Ich war überhaupt nicht still unterwegs. Na, du bist hier nun gerade relativ schnell reingekommen. Oh Gott. Der Dachboden sieht genauso aus wie der bei mir. Tatsächlich. Okay. Das ist sehr widerlich. Okay. Ich weiß nicht, was mit meinem Dachboden ist, aber manchmal hör ich Schnitte von da und ich weiß nicht mal, durch welche Seite von dem Haus, mit den du auch beträgt hast. Kann man den mitnehmen? Stimmt. Aua. Oh, ich will den mitnehmen. Irgendwelche Nachbarn trocknen deine Wäsche oder so. War das gerade aus? Ich glaub, das kann man nur von der anderen Seite des Hauses irgendwie beträgt. Warum war ich gerade so ein Erdbeben? Ich... Ich... Das hab ich auch. War das das Feuerwerk, meinst du? Oh, die lassen uns irgendwie hier raus snipen. Da liegt übrigens noch ein Gewehr, falls ihr hier raus snipen wollt. Auf dem Tisch. Und ich dachte, ich... Ich bin hier mit dieser Badewanne durchgeglitscht. Da hinten ist Gartano. Der kommt mir schon Spanisch vor dir. Seien wir von Ricky mit der Leiche? Obwohl ich glaube, er ist Italiener. Stimmt. Was? Was zur Hölle macht der da? Glaubst du, er ist mein Boss oben dann? Wo ist Ricky genau? Man wendet sich nicht gegen Familie. Wo ist Ricky? Er hinterm Haus. Oh, man sieht das Leuchten. Oder? Man sieht so Licht... Lichtveränderung manchmal. Er nervt jetzt Fully und Fully. Und Fully denkst du, boah, was nervt der denn so? Hä? Das ist doch schon. Ist doch nicht richtig. Gleich Fully an der... Ernsthaft? Warte mal, woran ist er denn gestorben? Hä? Warte, wer hat ihn erschossen? Wer... Ich dachte, das warst du. Ich dachte... Warte, erstmal hier. Ist hier noch jemand? Hallo? Hier oben? Nein. Johnny war hier. Dann hab ich ihn erwischt mit Kami. Ja, okay. Dann hat Johnny wohl... Dann fehlt... Ja, Zombie und Clown sind auch da. 10 AFK in der Ecke stehen. Oh. Nee, nee. Alles gut. Clown? Hallo? Seid ihr noch da? Clown? Wo bist du? Ah, Clown ist hier. Warte, ich komm nur nicht rein. Ah, jetzt. Nee, wir sind nicht im Haus. Ach, da komm mal ins Haus. Scheiße. Wer... Clown, die sind böse. Sean? Geht sie gut? Sean, geht sie gut? Welche Morde gehen hier vonstatten? Polly ist auf dem Dach. Schieß Polly auf dem Dach ab und du bist der Held. Oh nein. Nicht stehen bleiben. Polly auf dem Dach abschießen. Polly auf dem Dach. Okay, aber ich weiß nicht, wie... Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Auf ihn zählen und links klick. Auf ihn zählen und links klick. Ah. Mein Gott, ich kann es selber nicht. Ich brauche ein Tutorial. Ah. Moment, 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 Moment. Was ist das für ein Duell? Fuck. Polly verliert es auch noch. Woh? Woh? Nein. Alter. Ich wollte gerade fragen, was ist für dieses Plan gerade? Nice, Zombie. Warum habt ihr nicht Mail verschaffen, eure Kollegen? Ja, äh. Sean, Polly. Lustige Runde. Du machst schon Kamehameha von mir. Warte, 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 warte. Ihr habt nur Mail verwischt. Ich hab's alle umgetötet und du machst Kamehameha rein. Was? 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 Ich dachte, Fuli und Sean wären ein Team Liebende deswegen. Ihr habt kompletten Schwachzinn da angestellt. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Und dann kommt Sean noch rum. Oh, hier liegt Johnny tot. Dann hab ich das richtig gemacht. In Wirklichkeit habt ihr nur Essen bestellt. Oh, ja, Essen bestellen möchte ich auch gleich noch. Ja, ich dachte, Frank Rosin. Naja. Wer ist Frank Rosin? Nee, ich kenn einfach gar nichts. Er kennt niemanden. Der Mann kennt ja einfach nichts. Der wohnt nur in seinem Feuer, Fuli. Fuli hör doch einfach auf zu fragen. Frank Rosin war ein Koch, ne? Es stirbt immer, was mir sagt, Fuli sagt, wer ist das? Warum kennt man den? Frank Rosin ist ja auch nur vom Namen gehört. Ich kenn den Fernsehkoch von Keggy-Stream-Titeln, Fuli. Das ist ein Fernsehkoch und alle möglichen größeren Streamer reagieren da drauf. Das ist ein Deutsch, was er immer guckt. Ah. Die Reaction. Das ist nicht so gut, dass es braucht sich. Der Timo. Ach, nö. Der macht das wirklich. Ach, Mai. Mann. Nein, ich mag Timo. Schieß ich zurück. Okay, er geht. Mann, magst du auch Timo? Ja. Was brummt denn hier drin in diesem Haus? Oh, guck mal, hier ist Fleisch. Ein Fleischwolf. Guck mal, hier oben. Hier ist richtig gruselig. Hier gibt es einen Keller, Ricky. Aber ich kann da nicht hintergucken. Habst du dahinter gucken? Warte, ich bin im Keller, Ricky. Hm. Warte, komm auch im Keller? Oh nein. Hi. Was denn? Ich bin im Keller. Bist du eh mehr fünf oder sowas? Ich bin auch da. Ich bin gerade am zocken. Was macht ihr hier? Risch, risch, risch. Am Dattel im Boden, ne? Komm mal mit. Komm mal mit. Oben der Dachboden. Dattelautomat. Kann man dahinter gucken? Kannst du dahinter gucken? Ich komm da nicht hinter. Oh. Gar nicht. Da? Komm, komm. Kann ich eng einfach dahinter gucken oder so? Das ist der Wahnsinn. Ich eigentlich nicht. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Ich komm da nicht hin. Sch, 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 sch. Timo, ich geh Timo. Da ist er, siehste. Scheiße. Ich hab Ricky auch erwischt. Ricky war's. Okay, es war Ricky, es war Ricky. Siehste, einer von ihnen muss es ja sein. Geschleck. Oh ja. Oh, danke. Oh, ich kann explodieren. Aber es kann auch was Gutes sein. Let's go. Er wird explodieren. Was war das Gute überhaupt? Es sind echt viele Ups. Es sind echt viele Ton. Oh ne Waffe. Oh. Er ist leer. Stark. Stark. Scheiße. Ah ne, ich kann nachladen. Okay. Oh mein Scheiße. Oh, Mave. Mave pausert sich wieder den Weg nach oben. Alter, hab ich mich erschreckt. Alter, hab ich mich erschreckt. Hä, was für ein Weg? Was ist ein Jumpscare hier? Ich hab mich gerade verkackt. Wovon redest du? Ne, schon. Aber er hat der Zombie direkt gekillt. Ja, ich war ja auch im Traitor-Shop. Auf einmal bin ich tot. So, und Cavill, den sollte ich kaufen tot. Fuli hat mich einfach getötet. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab doch gehört, wie du ein Geschenk gekauft hast. War der Schatz nicht von dir? Dann hab ich Fuli einfach wegfliegen sehen. Nein. Fuli hat das geschenklich darüber unterhalten. Dann dachte ich mir, okay, es werden sein Traitor. Ich war mit Timo unten drin, die ganze Zeit. Wo? Wo unten drin? Ja, in ihm. Aber ich kann ja nicht ahnen, dass Johnny so eine Kampfmaschine auf einmal geworden ist. Johnny, plötzlich bester TDT-Spieler der Welt. Der PP19 hat er mich getötet. Das ist eigentlich peinlich. Was macht ihr? Was macht ihr? Schädige Bruder hier. Schädige Bruder hier. Schädige Bruder hier. Es ist nur eine Disco-Sport-Kombo-Boot-Disco. Halil habe ich. Ne, du hast auch so, wo gehst du? Mann. Es ruckelt hier. Ganz viel Müll liegt da rum. Ja, ja. Hier ist ganz viel Trash. Oh, wo ist Trash? Wo ist Trash? Wo ist Trash? Ich sehe die, die ganz dahinter am Rand der Map stehen. Wir stehen zu dritt auf so einem Schrottplatz. Hocky, Johnny, und ich bin Trash. Und ich bin Trash. Ich bin Trash. Mach Trades Radar. Ja. Achso. Mach Trades Radar Dinger. Das wird endlich entendelling. Hallo, delle. Ist der Trajan. Ist er Trajan. Geht an einem mal, wenn ihr denkt, dass ich Trajan bin? Oh Gott. Ist das denn? Wer hat hier die Rauchgranate gezündet? Polly. ich wünsche ich bin diese scheiße in den spiel peinlicher mail fehlschlag muss ja auch mal ich wünsche ich wenn ich das scheiß in diesem spiel das war mit der absicht das haben wir das haben wir mitbekommen im keller schießt einer auf die beine ich weiß nicht wer auf die beine ja ich sehe hat nicht dass ich mein plan war übrigens eigentlich dix im dorbach hier anzumachen aber ich wollte erst mal gucken ob ich wieder rauskomme naja folie ist natürlich jetzt hängt immer einer in einem arsch wenn er twitter ist wieso untersuchst du nicht weil die nicht folgt dass ich den rolle klaue ich habe nicht junge okay ich habe gekillt hilfe hilfe das war vielleicht dumm aber zuerst angegriffen die runde war vorbei weil ich kein team hatte ja ich habe eigentlich war das mein gedanke von anfang an ich wollte ja traiter sein er ist auch war aber ich hätte auch gar nicht gewusst wie ich in den keller überhaupt runtergehen soll was wieso wie meinst du das wie das ist das für geräusche hier liegt ein baby babys sind nicht per se eklig aber das war irgendwie creepy schön dass du mal klar schaffst du jay wer schlägt hier gerade durch die luft da liegt ein baby also ich hasse keine babys aber nicht viel nicht viel was bei dir ja auch nicht viel ich habe gerade johnny's geschichten über babys an der schimpft also warum war das so klein aber dann ist firebro auf jeden fall safe hockey ja ich habe gesehen wie firebro angegriffen wurde von einem fliegenden schaf und er ist nicht verteidigt hat also erst okay okay ich bin auch gerade der schrottplatz gibt das ist noch johnny er ist im haus drüben kommt er hat firebro mich umgebracht warte mal lass mal so tun als wüssten wir nicht dass er es ist ja ich denke es wird uns glauben mehr nein ich wollte noch unbedingt jemanden ich wollte sagen die verarschen gehen hin und sterben fast beide was soll ich muss sagen das weiß ich sehr zu schätzen dass ich einen trader gekillt und die identifiziert habe und dann werde ich dafür von dir umgebracht der dorbaster hing halt da also ich wollte als dorbaster ja da waren dorbaster ich habe schon mit der borgi umgebracht deswegen habe ich auch als ricky als ricky reinkommen wollte nicht reinkommen nicht reinkommen und dann bist du reingegangen auszusehen naja was soll machen was freust du dich so folie ist wird es wäre ich glaube ich kann schwer zu sagen haben beides nicht mehr gefühlt beobachten wir hier mal was sie machen mal was sie machen was sie machen was sie machen was sie machen ich hoffe jetzt aber wie sie reagieren du hast das feuer damit verteilt ist überall lustig oh mein gott wer war das denn jetzt die ratte wo ist die ratte nur sechs schuss das ist richtig scheiße oh mein gott ich habe das gefühl hat noch jemand mitgenommen was tut ihr das ist lustig seid ihr auch traiter ja 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 scheiße Marvin bist du noch unter uns wie amongers oh nein das ist er nicht mehr ja wer lebt denn jetzt noch hallo wo der chef lebt auf jeden Fall wo ich glaube trau denen nicht ne ich weiß auch nicht aber wir brauchen auf jeden Fall keine Anzeichen mehr da bin ich mir sehr sicher eigentlich auch nicht also unser Anzeichen reicht ja schon dass wir beide noch überleben müssen am Ende das war das war wo bist du äh die haben auf jeden Fall äh Overtime ein bisschen glaube ich aber gut wir haben einfach noch genug Zeit wo bist du jetzt hin wo bist du jetzt hin was sind das alles die für Haushalte da wird nur so Altpapier überall gestapelt und schön oh hier ist ja noch ein ganzer Raum wir können jetzt herausfinden wo die sind aber wir können sogar hier raus snipen ah da unten ist einer da unten ist einer er hat ne Banane eingebrochen Mann Junge was bist du hier auf einmal Junge weg die ganze Runde habe ich gesucht wo ihr seid dann sehe ich euch und sterbe in zwei Sekunden warum wollte Ricky mich tot sehen was habe ich dir getan ich bin immer tot nee warum wolltest du mich tot sehen shit einfach noch soviel letzten Runden okay ich wollte nur mit am Pfau chillen ich will ihn tot sehen das ist ein Ding zwischen mir und Folie und dann okay ich war sehr beängstig letzte Runde kann ich nur sagen es tut mir auch leid dass ich den Voli sich gerülpst habe ich glaube auf ihm zu was nein ach rülpst hast ich wollte ihm was sagen und brrr ja ich hab Molotov auf ihn geworfen wollte er auf ihn schießen und Ricky kommt mir entgegen gerade und rülpst mich an ich musste ich musste so ja genau das geht mir hmhm 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 oh nein Hocky willst du hier die Galil wiederholen oh nein das wird wieder zum Hub hier hat man hier ne Galil oder was ne 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 ich wünschte ne Galil will ich nicht ich bin ne ich bin ne was hast du ne ähm das ist ne AK naja 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 ok hier haben wir die Barros das war eine super große ich hab eine Barros durch das Nikadil du hast mich das immer schon angelogen da hab ich dich getötet erinnerst du dich? der will auf'n Klaun schießen ja stimmt ich werd hier nochmal getötet werden du hast recht ist ok naja Hocky oh wirklich jetzt? oh mein Gott du bist so ein Assi gib mir gib mir gib mir komm schon ey was muss ich tun um Lust zu bekommen nimm sie alter geil du hast dich grad wieder aufgesammelt das war aus Versehen was machst du da hinten Johnny? was machst du da hinten Johnny? was macht ihr da will ich wissen oh wow ich wollte auf Fass schießen ich wollte auf Fass schießen oh nein du hast auf das Fass geschossen ne warte du hast auf mich geschossen oder? muss ich nachladen das war gut das war wow ist das Fass gezählt? ich weiß es gar nicht ich glaub die Explosion vom Fass hätte auch gezählt oder? ja ich glaube Feuer zählt nur nicht mehr Feuer zählt nur nicht mehr ja ja ich dachte ich hätte Faschist als ich in die Mengen geschossen hab und nichts passiert ist aber zum Glück hat es niemand so ganz realisiert ich war halt am Sniper von ganz meinem Weg und ich hab dich gesehen ach du scheiße du bist echt einschüchternd mit der roten Maske Mail naja ja ehrlich das war gruselig ich mag blaue Masken aber rote sind zu viel ja weißt du leise start dein an und erschieß dein einfach random aua lalalala lalalalalalalalalalala lalalalalalalalala lalalalalalala Kannst Du irgendwas, kannst Du irgendwas gegen den Namen machen? dummkop nee nicht töten ich bin ruhig ich schwöre ich bin ruhig ich werde kurz schießen alles gut kein Legis Wie ich alle töte man will ja gucken wie ich alle töte Oh, ich hab daneben geschossen. Das ist jetzt unangenehm. Lass mal nicht hier weiter bleiben. Okay. Oh, ich hab... Ich hab Johnny verloren, Jungs. Ihr habt Johnny verloren. Okay, ich hab neun Herzen. Das muss jetzt alles perfekt laufen. Hast du vielleicht nen Kurs, den du mir hier aufbringen kannst? Leider nicht. Oh, oh, wait. Ihr habt nen Monster. Den werd ich mir gönnen. Hier ist grad jemand. Unsichtbar, kann das sein? Boah, ich gön mir grad so dem... Hier ist ein unsichtbarer Spieler im Bad. Hier ist ein unsichtbarer Spieler im Bad. Zombie! Welcher? Nee. Zombie ist hier im Bad. Nein, der schießt am... Oh. Okay. Ich sehe. Ich sehe. Ich checke. Nun. Wie hat das funktioniert? Warte mal. Zombie? Versteck dich da? Ich lock Leute her. Du bist der Lockvogel. Ich geh doch nicht an die Jungs. Jungs, 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 jungs. Komm mit. So, 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 so. Aua, ich bin der Dummkopfrediode. Okay, Reki wurde erschossen. Oh man. Okay. So viel zu dem Clan. Jetzt haben wir wieder auf jeden Fall Mogi ein bisschen trollen. So, wir leben jetzt noch alles. Wir leben noch. Schmuggi. Ja. Willst du leben? Jetzt ging ein paar Leben. Oh. 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 Das war sehr mann, das Ding, wie du auf mich zugeflogen bist. Das nehme ich alles. Das weiß ich zu nutzen. Nein, ich will noch fliegen, bitte. Na ja. Da denkt man, man kann jemandem trauen. Das war ein Boomerang. Das dachte ich auch. Das war ein Boomerang. Das war ein Boomerang. Ich war einfach so instant tot. Ich war so verwirrt. Die sind halt super tödlich. Jesus. Ja, ich habe Reki vor mir gesehen, habe aus Reflex geschossen. Ja, ich war ja nur Dummkopf. Auf Reki muss man mal schießen. Ich frage mich, warum das Sandcraft nicht funktioniert hat. Reki wird aber erschossen. Na. Warum warst du eigentlich was tot, Mogi? Wegen Johnny, weil Sandcraft nicht funktioniert hat, hat er geschossen. Und dann ist alles. Ah, okay, okay, ja. Unangenehm. In mir war ich einfach nicht. Reki, du störst mich. Du verstehst nicht, ab wann ein Gespräch noch im Discord verendet werden muss und ab wann nicht. Ja, ja, ja. Sehr schön, wenn ich auch eine Waffe finden könnte. Hallo. Dann geht der Wegsmail. Was? Ich suche eine Waffe. Das ist alles scheiße gerade hier. Oh, hier sind Toiletten. Und die größte Waschmaschine aller Zeiten. Ah, die haben einen Traitor mehr jetzt auch noch. Oh, sie tut. Gut gemacht, Jungs. Bescheiden auf euch. Ach so, er ist noch da. Okay, wir können wieder hochgehen. Hä? Was? Was war jetzt? Warum? Ach so. Oh, das kann man in der Luft. Aber wenn wir ducken, geht es nicht. Oh mein Gott. Wie fies war das denn? Ich stand einfach auf der Reding. Mayfus gerade gestorben. Kannst du es nochmal machen mit jemand anderem? Nee, es geht nur einmal. Nee, es geht nur einmal. Kannst du es vielleicht wegwerfen und neu kaufen? Nee. Uh, Zeitlupe. Jetzt hat er die nervigen Infekte. Oh, bin ich schnell. Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Na, wir schauen mal, was die anderen so treiben. Ihr macht das da schon oben. Ist morgen noch hier oben? Ah ja. Ja, hallo. Hallo, was macht ihr da unten? Hallo Freunde. Grüße vom Wasserturm. Ich hab die Bricky erschossen. Ich sag Grüße vom Wald. Schieß doch nicht. Warum schießt Poli auf uns? Warum schießt Poli auf uns? Warum schießt du Gitano? Was? Ah, ärgerlich. Das war so ein schöner Ansicht. Das war Gitano. Gitano, er schießt alle und Poli dreht einfach durch und schießt auf mich und Moggi, die nur zu sind. Ja, ihr habt nur zu sind. Guck bei dir. Ja, ich hab gedacht, ich hab gedacht, ihr habt auf die da unten geschossen. und dann ist einfach der Killer-Clown da berufrennen. Killer-Clown. Nein, das ist doch ein bisschen. Das war sehr frech von Riki. Sean, ich weiß nicht, ob das das Richtige war. Ich hab echt so noch gesagt, zu beiden, crouch mal bitte, damit die nicht manipuliert werden können, damit die schön zugucken können. Nee, leider nicht. Ich bin ja dann innocent, weil du ja innocent warst. Ja, ja, ich dachte, wir machen ein bisschen Spaß und Action, aber nein. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Oh, na ja. Ich brauch ne schnelle Waffe, irgendwie. Ich bin drunk, was heißt das? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Betrunken heißt das. Äh, was macht der? Was macht der betrunken? Der ist betrunken. Der weiß nicht, was das für ne Rolle ist und irgendwann während der Runde, wenn Leute sterben, hat er ne Chance, sich zu erinnern, was er ist. Und er ist entweder Traitor oder innocent. Und wenn er sich nicht erinnert, dann ist er ohne Team und verliert. Was ein bisschen gemeint ist. Wow, okay, krass. Also, du willst auf jeden Fall überleben. Ein bisschen länger. Okay, okay. Und dann steht irgendwann, so drunk, hast du sobered ab, dann bist du nüchtern und dann weißt du wieder, was du bist. Ja, er sieht zass aus und Rache für letzte Runde. Er war innocent. Ja, scheiße. Mann, ich will meine Rolle. Ich weiß nicht, ob das gezählt hat, wenn du die tötest. Nicht? Also, war das auch kaum sonst? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, Mann. Getanel läuft mit ner Skrubau. Ah, nee, ich bin in O. Oh, okay. Okay, ich glaub dir einfach mal. Normal. Er wurde innocent. Was, gay? Habt ihr einen Drunk gesehen? Der wurde, glaub ich, innocent. Schieß du dich auf Rekki? Du auch nicht. Was soll denn das? Nö, nicht auf mich. Habt ihr einen Drunk gesehen? Ich glaube, er wurde innocent. Oh, beide Traitor. Das ist natürlich, das ist natürlich Krise. Oh, nein! Gehst du mir da hoch? Komm schon wieder. Oh. Holy shit. Okay. Was ein Skill von Timo. Muss doch gewesen sein. Ich kann dich nicht untersuchen. Ah. Chatpack. Bitte. Bitte. Gib mir keinen Fall Damage. Ich glaub, Firebroke könnte die Runde holen, oder? Okay. So, dann ist es Gaitano. Ja, okay. Wo ist er denn? Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Warum hast du nicht einmal nach links geguckt? Ich hab niemanden gesehen. Ich hab's nicht richtig hoch. Ja, du hast dich nur nach rechts gedreht. Ich hab die ganze Zeit beieinander rumgelaufen. Die ganze Zeit. Wie konnten wir das nicht verkaufen? Timo, Timo war neben dir. Fünf. Ich war das so ne O-Star-Jahrsuche. Ich hab Timo nach unten sogar rumlaufen sehen, aber nicht erwarten, dass er neben dir ist. Als ob die ihn auch nicht gesehen hat, Gaitano. Das war, das war überraschend. Gaitano hat ihn ja sonst easy töten können. Er hat ihn einfach nicht gesehen. Wahnsinn. Das war ne coole Runde. Ich glaub, Riki, Timo war's krass. Ja, ich kann dir das sogar erklären. Ich bin jetzt Timos Bodyguard. Riki, komm her, dann erklär es dir. Warte, 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 warte. In dem Moment, wo du vor mir standst... Jetzt kannst du's erklären. Oh ne. In dem Moment, wo du vor mir standst, hat nämlich Zombie mich... Ich kenn's halt nicht. Achso, du dachtest, ich war das oder? Genau, richtig. Okay, ich brauche noch was. Und dann ging ihr die Action los. Ich glaub das nicht, dass wir das echt noch verloren haben. Ich glaub das nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen, dass wir das verloren haben. Aber das war auch stark von Timo, ne? Ja, Timo einfach. Timo einfach fast so gut im Video spielen, wie er aussieht. Ich möchte mal ne Waffe, ey. Ist ja voll scheiße. Das ist ja... Oh Gott. Oh. Das war mit dem Halle, das ist richtig krank geklungen. Oha. Was soll das? Ich wurde geschlossen. Wo? Was ist das für ein Timo? Ach, da oben. Niemals machen. Okay. Nee. Ich warte nur auf mein Befehl. Nee. Okay, okay. Gott sei Dank. Dann bin ich ja safe. Ist noch ne Waffe drinne, irgendeine gute? Warte, ich helfe dir suchen. Aua. Mögge ist gestorben. Mögge ist gerade gerade noch keine Rolle mehr. Mögge ist gerade gestorben. Aber ich bleibe noch auf deiner Seite Timo, bis der die Hunde gelöst haben. Sehr gut. Modig ist gerade gestorben. Ich weiß nicht wo Ey, warumade ist hier gerade? Overdash Nee, Marco. ...Warte, warte, warte. Wie gehen wir den Fall komplett lösen? Äääh Hoki? Ja, ganz schnell Ja, Detektiv tu deine Arbeit. Ää? Was denn? Was didi? Was mit... Zahlen, wie? Könnte ich einen Namen spezifisch nennen, nachdem ich eine Traitor-Rolle geklaut habe. Timo? Timo, stopp! Timo nicht! Timo, überleg doch mal! Er sagt gerade... Er hat die... Warum wolltest du mich aufheißen? Aber Zombie, musst du das nicht sein? Du hast doch jetzt an, du bist in die Rolle geklaut. Oh, schade. Ja, aber ich bin im Team. Ja, eben, aber er ist im Team. Er ist ein cooler Traitor. Wer ist der andere Traitor? Zombie? Dann hole ich mir den. Nee, einen pro Runde sagen, ist schon echt gieß. Es reicht schon. Aua. Hallo? Von wo war ich gesnipert? Ach, da oben, Johnny! Im Fenster! Johnny, im Fenster des Weißen Hauses! Dein Teamkollege ist weg, Zombie! Da muss ich mich auch wieder zurückholen jetzt. Da oben. Ich hab' halt voll die Scheißwaffe. Oh nein. Schade, Maeve. Hätte ja klappen können, ne? Oh nein! Hätte ja klappen können! Ach, scheiße. Ich hab' keine, die gar nicht mehr schießen. Okay. Ja, noch mehr. Wie viel kann man sich holen, wenn man... Tja, ich sag's nicht gerne. Wurde schwer für Ricky. Sind beide hochgegangen? Beide Minen? Schade. Äh, wenn schon, denn schon. Oh ja, Ausrüst. Okay. Okay. Viericke hier so rein! Oh nein. Oh nein! Oh nein! Ja, und der ist schlecht tot. Das ist Zombie. Oh nein, das ist Zombie. Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Gott da oben! Ich sehe ihn! er kommt auch gott ricky sieht ihn nicht okay okay und muss ja bewegung bleiben ich habe keine ich habe keine waffe jetzt der papier war ja so und das von dem die so immer so schlecht ist immer wenn ich traiter waffen einsätze funktionieren sie einfach das war eine progression so zombie du warst so bodyguard vom detektiv da hast du die rolle vom traitor gesnackt und was denn die letzte runde hat ja ja hatte ich fand meine runde auch das waren das war eine traurige aktion für mich für dich ja mit deinen zwei minen noch die habe ich nicht kommen sehen vor allen dingen weißt du was das schlimme daran war dass du oben in der ecke saß deswegen habe ich nicht daran gedacht dass du so doof bist der mine hinzulegen neben dich aber es hat geklappt ich konnte ausspringen aus dem fenster glaube ich ne es hat ja geklappt du hast ja keinen schaden bekommen da oben also alles richtig gemacht ich fand das eine sehr gute runde ich bin leider dann gegen die kiefer weg aber ich konnte dir so viel shit kaufen dadurch dass ich viel gemacht habe aber es wurden auch echt viele wiederbelebt irgendwie ich hab dich ganz komisch gehört gerade achta damit habe ich nicht gerechnet ich hab den papierflieger gerade beobachtet und das war sehr lustig wie er nicht zugeschlagen hat warum hat er nichts gemacht ist der nur über rickys kopf gekreist oder ja 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 ich dachte die ganze Zeit so und jetzt stirbt dann nein jetzt stirbt und jetzt stirbt nein doch nicht ja was dann gib doch mogi das was ist das denn ich will doch coole flüge sehen ne ne ist schon ok der geklappt ist jetzt meine rolle der geklappt liegen lassen das ist ganz schön gefährlich hier oben liegen zu lassen uh da vorne rennt vor allem der clown rum ich hab ihn gerade eben gesehen aber ja der clown ist mir so spekt ne der clown ist es so oft und dann läuft der irgendwo rum wo ist der clown ich war läuft der einfach gegen die bände ab zum clown ich bin ihm eine runde mal hinterher gelaufen er ist zwei runden im kreis um die map gelaufen und da ist mir auch gefallen dass ich ihn verfolge da war die gute runde oder ich 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 ja das ist der clown warum bist du mit der chroma unterwegs was sollen das oh er hat eine waffe gezückt aber ne hä ja er hat die waffe auf dich oh warte ich sehe ich was auf wer war hinter uns wer war da wieso höre ich die musik vom weißen hall ist die luft rein ist alles ok da unten habt ihr auch die musik vom weißen hall gerade gehört was soll es hier los hier unten noch jemand am leben hier ist richtig tot ok hier nochmal nochmal ich bin es nicht war es nicht was kann ich jetzt fach nichts aber so wie es gesagt hat wünschen nicht das war so verdächtig ok ich höre schon wieder auf was zu machen dann ist der johnny bitte detektiv wieso Sie haben ich bin es nicht hier schweige hier ein hier 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Holy shit. So unschlagbar. Wie ein Kompliment macht und dann... Ich will sagen, ich habe mehrfix zum Traitor gemacht. Ach, hast du die Scheiße. Bonusrunde. 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 Ja, das meine ich, aber halt... Ja, okay. Es war Ausschussverfahren. Ich habe, glaube ich, noch nie mit dieser Scheiß-Sniper getroffen, ey. Ich hasse das langsam. Ach, hier liegen die ganzen Waffen. Die Munition liegt hier halt leider nicht. Mann. Hm. Ah doch, ein bisschen. Hallo Maeve. Hallo. Wo sind die alle? Ja. 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 Alter auf der linken Seite. Oh, du machst einen Laufrunde, ne? Maeve, ich kann nicht langsam laufen. Ja. Ich bin detektiv. Mir ging das nochmal mit langsamem Laufen. Das ist cool. Alter. Alter. Das ist echt komisch. Alter. Was wird denn im Clown hier passiert? Warum ist das nicht... Ach so. Das Haus hier ist leer zumindest. Ich habe nicht viel gefunden. Achtung, 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 Achtung. Flüht, ihr Narren. Fully ist rausgelaufen aus dem Haus. Oh Gott. Wo ist Vollzeit? Der ist hier hinten irgendwo. Oh fucking nein. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße, ich habe keine Munition. Ah, wies. Du hast die doch geworfen, die Dinger da, oder, Fully? Nein! Stark. Okay, alles okay. Es war nicht der Blocker. Es war nicht der Blocker. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh shit. Und bei den Dürstpatter sind gestorben da oben, ne? Mann, Mann, Mann. Bist du Traitor, oder bist du Ned? Ich bin beides. Oh. Okay. Aber wir müssen kämpfen, glaube ich. Weil ich glaube, der andere ist gestorben schon. Die auf dem Turm oben? Ja, die sind weg. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Was ist mit denen los? Ne, mach jetzt nicht den hier wieder. Tust du mich? Nein, mach dich den schon wieder. Tust du mich? Sehr gut. Holy shit. Du hast so gute Situation genutzt. Aber, äh... Obwohl die Seife sehr auffällig war. Sehr auffällig. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Aber dann war immer so... Ich habe Timo so ausgehört. Ich dachte, dass Timo tot wäre. Deswegen habe ich gesagt, let's go. Ja, man hört sich das zu sagen, aber... Und dann Timo so... Irgendlos, dass du es mit der Croma durchgezogen hast, Tommy. Ja, das war wirklich... Ich hatte Rüstung. Ich hatte extra Speed. Dass die war vorbereitet für Nahkampf. Bonusrunde. Das war die Bonusrunde. Das war das für mein Sommervorgeschmalt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.